F und R fehlen noch. Und R und N. Amulettzauber, Muspelheims Beständigkeit. An den Feuer und Fohlen, okay. Wir machen jetzt als nächstes F und R. Da haben wir direkt F. Tod. Erledigt. Wo sind die Nächsten? Richtig eingesetzt ist dieser Speer aber vielleicht auch krass. Oh. Oh. Fuckin' nicker Erledigt. Wer weiß, ob hier nicht am Ende auch noch ein krasser Boss wartet, außer Gnar. Die versuchen wir dann übrigens in der nächsten Aufnahme zu erledigen. Das traue ich mir jetzt, glaube ich, nicht zu. So, was war das, was jetzt noch fehlte? An R. R war, glaube ich, ganz drüben. Jo. Ne, machen wir Tötungszeit. Das sind so die einfachsten Prüfungen, finde ich. Ja, da kommen sie jetzt wieder, die fucking Einhell, ja. Diese kleinen Kackpisser, ey. Unglaublich. Bifrost, wo? Ah, ja. Noch mehr Bifrost da drüben. Das war doch die Map mit den Vulva, ne? Pfeile, Bruder! Pfeile! Achtung! Über dir! Letzter! Wo? Da oben. Dich töt' ich im Nahkampf! Gut, weiter geht's! Dann kann ich direkt hier warten. Beim letzten Mal habe ich den Fehler gemacht, hier weg zu sliden, obwohl die Truhe hier ist. Okay. Die vorletzte Prüfung. Die vorletzte Belohnung. Was war das? Warte mal. Was war das? Ich konnte hier irgendwas anwählen. Ah, da unten! Ach so! Ich dachte schon, was soll das denn jetzt sein? Schildbrecher herausfordern. Töten Sie Grunt-Gegner, um den Schild des Elite-Gegners zu zerstören. Grunt? Einherrier-Hauptmann. Töten Sie Grunt-Gegner. Er kann explodieren! Wo ist er? Der ist noch nicht tot! Schön vorsichtig! Es ist biefreisend! Ah, jetzt ist sein Schild wieder oben. Aha! Aber interessante Herausforderung auf jeden Fall. Und von seinen Schild-Bubbies sind auch schon wieder drei down. Oh. Oh, jetzt sind's drei. Hirscher! What?! Wieso kommt denn jetzt ein Hirscher dazu? Nooo! Am Arsch! Moment! Die Pirscherin ist genauso! Ich kann der Pirscherin keinen Schaden zufügen! Ich muss erstmal der down. So. Jetzt kann man ihn töten. So, er ist down. Und jetzt bist du dran. So. 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 Chmeister Trevler dir ganz recht. Kreuzering, Krathos. Erstich! Oder Kupfer Batteserlin! 've been thepeeser! der力haken! Ja, 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 alles gut. So, jetzt müsste man sie erledigen können. So, jetzt müsste man sie erledigen können. Ich bin das nicht. Mann, ey, ist das eine Scheiße schon wieder. Haben wir den schon irgendwo eingesetzt, den Auferstehungsstein? Der müsste doch da sein. Nee, er ist nicht mehr da. Mann, ey, was für eine dumme Kacke schon wieder Ja, komm Mann, ey, was für eine dumme Kacke 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 Wie, der ist immer noch nicht erledigt Warum nicht? Doch, jetzt Komm, du bist Mann, ey, was für eine dumme Kacke Mann, ey, was für eine dumme Kacke Mann, ey, was für eine dumme Kacke Was für eine dumme Kacke Mann, ey, was für eine dumme Kacke Blut, schwelende Glut Gut Göttliche Asche R und N R und N fehlen jetzt noch R und N Und für R müssen wir dann wieder hier hin Warte mal eben, ein Blick auf die Karte verrät mir vielleicht etwas Na, das ist tatsächlich die letzte Prüfung, okay Ich dachte, danach kommt noch eine Überprüfung, aber Dem ist nicht so Und bereit machen Ja, passt schon Ja, ist noch so ein kleines Drecksvieh Erledigt 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 Ist sie schon wieder dahinter Also irgendwas ist doch verhext mit dieser Prüfung Kann doch nicht sein Stira Erledigt Stira Stirb, Vulva! Klingt immer so ein bisschen, als würde ich Flut sagen. Dann werde ich traurig. Weil ich Flut nur das Beste wünsche. Ich würde sie sehr gerne wiedersehen. Erledigt. Mein Nacken ist schon ganz steif, weil ich hier irgendwie total verkrüppelt sitze, weil ich Angst habe. Angst vor der letzten Prüfung, die gleich kommt. Und dass es wieder irgendeine King of the Hill oder Nimm keinen Schaden scheiße ist. Da bin ich ja bekanntermaßen jetzt nicht so der König drin. Im Gegenteil, da bin ich richtig schlecht drin. N. N war die Mitte hier, ne? N war die Mitte. Sie geht schon da hoch. Sie weist mir schon den Weg. N. Wir können uns auch zuerst aufwärmen. Ring verlassen, Gesundheitsraub. Da sind sie! Wie oft habe ich euch schon erledigt? Feuer hinter dir! Feuer hinter mir, Arte. Erledigt. Ha! Fällt erstmal in die Lava. Schöner Schlag, Kratos! Auf erledigt. Da haben wir den fucking Geist. Den wir gerade irgendwie nicht so richtiger werden. Geist ihr kräft? Schöner Schlag, tension. Geist für den Feind. Die paar Hände schärfen. Sie sind auswärme, die hier schauen. Sie sind mit ihm zu lesen, die D-Locker. Sie sind mit ihm zu lassen. Sie haben viele Geist. Nein, ich bin jetzt mit ihm zu liefern. Jetzt sind... Ah, da haben wir... Dich noch! Aua. Ich weiß. Das ist der... Brennende Hass in mir! Ach ne, ich hab mich da geändert. Sorry. Falscher Kratos. Gegner hinter dir, Kratos! Jetzt kommt wieder diese Licker-Geschichte. Wow, der ist... Der ist trotzdem einfach in den Abgrund gefallen. Hinter dir, pass auf! Kau, warte! Komm her! Mach ein Nick... Nickerchen! Bähä! So. Da. Ich bin so gespannt, was jetzt die letzte Prüfung ist. Eigentlich fehlt noch ein Relikt oder so, was wir bekommen müssten. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ich hoffe, wir sind bereit. Legen wir los. Boss-Ansturm-Herausforderung. Besiegen sie eine Reihe anspruchsvoller Gegner. Nacheinander. Dann geht's doch... Wir werden es ja wieder... Bähä! Bähä! Autsch! Oh, den hab ich bis hierher gespürt. Jo. Vor allem besiegen sie eine Reihe. Oh. No. Warum treff ich nicht? Bin so schlecht in diesem Scheiß. So, das war der erste von denen. Och, nö. Gut, dass die ja nicht alle zusammenkommen. Unerschütterlicher Pirscher. So, wer ist da jetzt gekommen? Ah. Fuck. Okay. Oh, wir haben ihn. Oh, das war jetzt der dritte. Wer kommt da noch? Ah. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. No. Ich will nicht sterben. Ich kann nicht mehr ausweichen. Okay. Das war schon wieder völliger Grütze. Völliger Unsinn. Und wir können die ganze Scheiße nochmal machen gegen diese Gegner. Das regt mich einfach auf. Es ist teilweise wirklich ein bisschen seltsam. Ja, aber es bleibt ja nichts anderes übrig. Wir müssen es machen. Böser Treffer. Bist du in Ordnung, Kratos? Der ist eigentlich mein Hassgegner, der Typ. So, der ist erledigt. Und wir müssen gleich definitiv mal unsere Superfähigkeit hier umstellen, weil die funktioniert so, wie ich sie jetzt aktuell habe, funktioniert die nicht wirklich gut. Aber ist er LABOR AGGREN, der Typ. Ich kann mich nicht231-2104-4 Stopp fest. Mr. Ko UHR Không-075-2104-5253-6203-4204-0104-6103-6253-5eyEM2015com 2261-692-632-6153-2255-6123-6 Fairtet3500-6355-4255-6193-6214-6374-6190-164115-7204-6604-畢業. Okay, gerade habe ich schon wieder nicht so ein glückliches Händchen. Kassiere so viel Schaden gerade für diese ganze Kacke. Irgendwie gefühlt auch keine da. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Ich glaube, einzelne Gegner kriegt man wirklich am besten so. Schnell hin, da. Schnell hin. Schnell schläge jetzt! Nein! Mann! Was ist das denn schon wieder? Nein, das will ich doch gar nicht! Ich will diese Fähigkeit doch gar nicht einsetzen, sondern die! Nein! 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 Ich kann nicht ausweichen! Ich brauche Leben. Gib mir Leben. Nein! Nein! Das war's noch nicht! Nein! Nein! Oh! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Oh, nein! Ich bin der Mann! Help! Glückwunsch, wir haben alle einzigartigen Belohnungen vom alten Sutr erhalten. Der Stahl gibt dir nach. Alter. Ah, wir haben es aber geschafft. Mein lieber Herr Singing Club. Dear Mr. Singing Club. Meine Güte nochmal. Keine Ahnung, was man da jetzt noch machen kann. Was kommt jetzt? Ah, man kann jetzt einfach alle Prüfungen nochmal machen. Das wollen wir natürlich nicht tun. Muspelheims Essence. Nice. Auch das haben wir also erledigt. Muspelheim ist jetzt zu 96% abgeschlossen. Das einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist genau zu besiegen. Das werden wir aber, wie gesagt, erst beim nächsten Mal machen. Ich denke nicht, dass es jetzt eine kluge Idee ist, das jetzt anzugehen. Dafür bin ich viel zu aufgewühlt. Alter Schwede. So. Das holen wir uns jetzt einmal. Dann haben wir hier noch was. Für den Noblit Überraschungsangriff machen wir mal Momentum. So, und ansonsten können wir doch bestimmt noch irgendwelche Fähigkeiten geben, die wir nicht auf dem Maximum haben. Hier die zum Beispiel. Die Valdis Amboss. Den Nebel von Hillheim. Leviathan Geburt. Das ist schon. Okay, wie sieht es bei den Chaosklingen aus? Ah, Flammen des Leitz. Und die Heliosfackel. Oh, nice. Okay, wir beenden das jetzt erstmal an dieser Stelle. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns entweder um genau, oder wir machen noch das Begräbnis für Brock auf jeden Fall. Das steht ja auch noch aus. Und der muss ja auf jeden Fall noch, ihm muss die letzte Ehre erteilt werden für das alles, was er für Kratos und Atreus getan hat und unsere Sache. Insofern, das kommt dann beim nächsten Mal. Denkt natürlich immer daran, I want you. For an adventure. Ciao. Bye. 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 Bye.